Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, zum 45. Teil unserer Serie der Zusammenführung der vier Evangeliumsberichte zu einem ganzen Bericht. Heute schauen wir uns wieder 15 Seiten an. Wir sind im Johannes-Evangelium. Hier jetzt werden wir mit Kapitel 16 vorfahren. Da ist Vers 1 bis 4 hier schon auf dieser Seite eingeblendet. Wird immer mein Kommentar dazu geben und schauen, dass wir hier zeitig durchkommen. Wir legen los hier mit Vers 1, Kapitel 16 aus Johannes. Diese Dinge habe ich geredet zu euch, auf das nicht in einen Fallstrick ihr geratet. Ja, das war hier nochmal die Botschaft von Jesus an seine Jünger. In diesem Bezug, was sie erwarten wird und was nötig ist, damit halt diese Dinge nicht passieren. Aus der Synagoge stoßen werden sie euch. Jedoch es kommt die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen mag, einen Gottesdienst dem Gott zu verrichten. Ja, hier kündigt Jesus schon an, dass diese Dinge passieren werden. Ja, dass man sozusagen aus der Synagoge, das heißt aus der Versammlung der Gläubigen ausgestoßen wird. Ja, mit Meinungsverschiedenheiten, ja, oder sich nicht mehr unterordnen, irgendwelchen angeblichen Autoritäten. Und es geht sogar so weit, dass die Feinde des Glaubens an die Worte von Jesu Christi, die wir im Neuen Testament vorfinden, so weit gehen. Denn inklusive kann man aber auch sagen, es gibt auch Menschen, die glauben an den Inhalt des Neuen Testamentes, mehr oder weniger, vielleicht auf unterschiedlichen Quellen und Grundlagen, Sprachen und Urtexten. Und auch bereit sind, Menschen auch zu töten, die auch an den Inhalt des Neuen Testamentes glauben, aber Abweichungen haben von den Glauben der anderen. Ja, dafür sind auch Menschen bereit zu töten, ja, und der Meinung zu sein, wir tun damit Gott, ja, Gottesdienst, also etwas, was Gott für nötig erachtet. Und Jesus warnt hier schon, dass dieses auf euch zukommt, ihr glauben werdet an das Neue Testament, also nicht nur Juden, die nicht an das Neue Testament glauben, töten andere Juden, die an das Neue Testament glauben, wenn sie zumindest die Macht dazu haben. Nicht alle, aber einige würden das wohl machen, ja, und im Christentum ist es ähnlich, ne, an den Dreißigjährigen Krieg, wo die katholische Kirche unter anderem gegen die protestantische Kirche in den Krieg gezogen ist und auch andersrum und die sich gegenseitig getötet haben, mit den Empfinden auch, es ist Gottes Wille. Ja, man tut die gute Sache, ja, für den Zweck der einen Sache, wo man meint, man versteht die Bibel besser oder, also das Neue Testament oder hat es richtig verstanden, was auch immer, dass da auch Menschen bereit sind, andere zu töten für, ja. Ja, und da hier Jesus schon das anspricht, ja, ist ja dann auch später passiert, wie wir lesen, anfänglich natürlich liest man das hauptsächlich über Juden in Israel, in Judäa, dass jene dort die Juden dann auch verfolgt und umgebracht haben oder mithilfe des Staates, mithilfe der Römer versucht haben, diese umzubringen, angefangen mit Jesus und dann immer, ja, ging es weiter gegenüber denen, die da eine andere Auffassung hatten bezüglich der Interpretation der Heiligen Schriften. Ja, und das wird wohl auch bis zum Ende passieren, bis am Ende der Zeit, auch zukünftig kann das noch kommen in den einzelnen Ländern, dass da gewisse Leute, wenn sie an die Macht kommen oder die Macht ergreifen, andere töten werden, weil sie meinen, wie gesagt, Gott damit zu verherrlichen, ja. Ja, aber was am Ende denn dabei rauskommt, ja, der Tod ist ja auch nicht das Ende, sagt Jesus, ne, sie können zwar das Fleisch töten, aber die Seele können sie nicht töten, dass das Endurteil halt nicht gerichtet wird von Menschen, sondern von Gott. Und da wird man sehen, wer zu Recht jemanden umgebracht hat und wer nicht. Und der, der es zu Unrecht getan hat, der wird natürlich noch mehr Nachteile dadurch erfahren, jetzt und in der Nachzeit. Vers 3. Und diese Dinge werden sie euch tun, da keinesfalls sie erkannten den Vater, auch nicht mich, ne, Juden und Heiden, die andere Auffassungen haben über wie der Vater ist und wer der Messias ist und wie auch immer, ja, werden dazu neigen, dies zu tun, weil sie die Wahrheit nicht erkannt haben dahinter. Sie haben nicht die Wirklichkeit des Vaters erkannt und auch nicht die Wirklichkeit des Sohnes Jesus, sondern nur ein Teil vom Ganzen und der Rest ist halt Menschen, erdacht oder sind Lügen, Irrlehren drumherum um den Vater und dem Sohn oder dem Messias oder Jesus halt. Ja, so ist das im Judentum und Christentum heute und in der Geschichte immer gewesen und unter den Heiden, die halt keine Christen und Juden sind, die auch mit den Leuten so umgegangen sind, die dann an das Neue Testament unter anderem glaubten. Ja, also jetzt hier die Ankündigung, Zukunft sieht nicht rosig immer aus für Christen, die an das Neue Testament glauben, egal ob sie aus den Juden kommen oder aus den Heiden, weil die Menschen um sie herum werden dort, ja, ein Problem mit haben, ob nun Juden oder Heiden oder andere Christengruppen, dass sie denn dazu bereit sind und man sich selber darauf einstellen müsste, als Gläubiger in die Hände dieser Leute zu geraten. Nun aber gehe ich zu dem, der sandte mich und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du, sondern da diese Dinge, ich sprach zu euch, die Betrübnis hat erfüllt euer das Herz. Ja, was steht vor, Jesus hat das gleich am Anfang gemacht, so meine zwölf Jünger. So meine Lieben, also euch wird Verfolgung drohen und ihr werdet leiden durch die anderen Menschen. Ja, wie weit wären die da motiviert gewesen, mit ihnen dort am Anfang zu ziehen, da sie ja von sich aus immer noch dachten, jetzt ist der Messias da, jetzt werden wir hier das Königreich Gottes auf Erden aufbauen. Und so war es ja nicht, so gibt er hier diese Botschaft am Ende seiner Dienstzeit als Mensch auf Erden an seine Jünger weiter, nachdem sie die ganzen Erfahrungen jetzt schon sammeln konnten, worauf es ankommt. Ja, und dass man in dem Moment betrübt ist, sollte klar sein, aber daraus kann man natürlich denn, wenn man das in seinem Verständnis, ja, ich sag mal so verstanden hat, dass es nötig ist oder dass das halt normal ist, wenn Jesus jetzt geht, dass man sozusagen keinen direkten Beschützer mehr hat auf Erden, dass dann halt diese Dinge kommen könnten, müssen nicht immer, aber können. Und dennoch, aber jetzt haben sie schon so viel erlebt, dass sie jetzt auch selber der Großteil zumindest sagen wird, ja gut, dann bleiben wir halt dabei. Ja, auch wenn diese schlimmen Zeiten kommen, wer wird denn noch vom Glauben nicht abrücken, weil warum sollte man von der Wahrheit abrücken? Ja, Jesus kündigt also an, er geht zurück zum Vater, der ihn gesandt hat, ja, in den Himmel natürlich, der ist ja nicht auf der Erde. Und, ja, und jetzt genau nochmal das zu erkunden, was, wo gehst du hin? Erzähl mal, wo ist denn das da und wie kommst du da hin und so, ne? Das ging halt nicht in den Köpfen der Jünger vor, sondern halt, was, wir werden verfolgt und vielleicht sogar getötet? Na, dann wirkt das größer, als die Neugier nach der Reise Jesu Christi in den Himmel zu fragen. Also zum Vater. Jesus geht, bringt etwas mit, was allen helfen kann und nicht nur einer Gruppe von Personen, die um Jesus sind. Und, das ist nötig. Und sagt er, also, wenn ich nicht gehe, dann, dann werde ich immer nur auf der Erde hier sein und, ja, und die Leute in China und in Asien, die an mich glauben, werden halt dort die Vorteile nicht haben, die die haben, die um mich herum sind, ne? Und so, auch hier zeigt er den Jüngern auf, wie, wie vorteilhaft es ist, wenn halt einer geht und dafür alles kommt, ja, als andersherum. Und da kommt jener, wird er überführen, entlarven, die Welt, betreffs der Sünde und betreffs der Gerechtigkeit und betreffs des Gerichts. Ja, eine Aufgabe hier oder Aufgabe des Heiligen Geistes, wenn er denn da ist, wird er durch die Gläubigen das hervorbringen. A, Sünde, was schlimm daran ist, ja, und generell zu was es führt, zu Leid und Tod, auf der Erde, ja, Gerechtigkeit, wenn jene fehlt, sieht die Erde und die Länder und Nationen auch nicht gut aus. Und halt auch, dass alles seine gerechte Bestrafung und Belohnung bekommt, des Gerichts, das Verhalten von Christen, von Juden, von Heiden. Gott macht da keinen Unterschied. Und das wird durch den Heiligen Geist, durch die Menschen gepredigt, die Gott erkannt haben und den Sohn, also Vater und Sohn. Weil natürlich der Heilige Geist jetzt nicht zwanghaft immer durch Menschen reden wird, die eine Irrlehre da draußen verbreiten wollen. Ja, als würde er sie denn da zwanghaft korrigieren, sodass der Heilige Geist das spricht, was Gottes Weg ist und Wahrheit ist, wenn der Mensch selber nicht offen und bereit dafür ist. Ja, es gibt Ausnahmen, die mag es auch geben in solchen Zeiten, das haben wir gesehen beim Hohepriester Kajafas, der hat ja auch nicht an Jesus geglaubt, dennoch hat Gott ihn gebraucht mit dem Heiligen Geist, dass er durch ihn redet, etwas, was zum Nachdenken anregen soll. Und so auch hier die Aufgabe durch Christen im Allgemeinen, wenn sie den Heiligen Geist empfangen haben, dass er durch sie reden kann. Im Betreffs der Sünde, Gebote, kleine und große Gebote, gültig, nicht gültig, wie soll der Mensch leben, ja, kommt immer auf die Rechtsschule dann an im Christentum und Judentum und wie gesagt, was Gerechtigkeit halt ist, ja, wie sich die aufbaut, wie sich die gründet und natürlich das Gericht, ne, und da haben wir Unterschiede, wenn wir Sünde, Gerechtigkeit und Gericht uns angucken im Judentum und Christentum, da gibt es da unterschiedliche Ansichten. Heißt, es gibt manche Menschen, die reden aus sich selbst und es gibt ganze Menschen, äh, es gibt einen Teil von den Menschen in diesen Gruppen, die von Heiligen Geist geleitet werden. Dennoch aber berufen sich alle darauf, wir sagen die Wahrheit, wir sind vom Geist geleitet, obwohl die sich natürlich dann untereinander widersprechen, ne, also obliegt es hier natürlich einerseits den Bibelleser und Bibelkenner zu unterscheiden, ne, was ist Menschenwort, was ist Gottes Wort, ja, und die Gelüste des Menschen, ne, wie sie halt ihre Bibellehrer suchen, nach ihren Gelüsten in den Ohren, ne, so heißt es auch, und da, wenn man sich die Falschen aussucht, muss man sich auch nicht wundern, oder wenn man die nach den falschen Kriterien aussucht, die Lehrer im Glauben, ob im Judentum oder Christentum, so wird dann das letztendlich auch auf einen selbst niederschlagen, ja. Also, alles prüfen, das Gute behalten, und wer so nicht rangeht, der wird halt immer Gefahr laufen, Christentum, Judentum, falsche Lehrer, falsche Gruppen sich angeschlossen zu haben. Vers 9. Betreffst ja Sünde, für wahr, da keinesfalls sie glaubten an mich. Ja, natürlich auch hier ist es eine Sünde, wer nicht an Jesus glaubt, dass hier auch das, ja, 5. Mose, da werden Gebote übertreten, ja, dass einen das selber denn auch fernhält von Gott. Ja, kann ich so sagen, oh, ich gehe auch ohne an Jesus zu glauben, er ist der Sohn Gottes oder Messias ins Paradies. Nein, da gibt es keinen Weg vorbei. Ja, diese Sünde kann man nicht einfach so, oh, naja, nur kleine Ordnungswidrigkeit, wenn man nicht an Jesus geglaubt hat, dass er so ist, wie das Neue Testament über ihn redet. Ja, und das ist ja auch das Ziel. Gott, der Vater, möchte, dass alle Menschen auf der Erde Jesus so sehen, und zwar, wie es im Neuen Testament proklamiert wird, und nicht in anderen Büchern außerhalb der Bibel. Oder im Talmud, Koran zum Beispiel, ja, da wird anders über Jesus gesprochen, als wie im Neuen Testament. Ja, wo man darin jetzt eine Gerechtigkeit erkennen kann, natürlich sieht man hier das halt, ähm, zu sagen, es ist nicht ungerecht, wenn Jesus zum Vater geht. Es wäre ungerecht, wenn er dann die Menschen alleine lässt. Ja, aber er sagt ja, ich gehe hin, und ihr werdet noch es besser haben als vorher. Aber auf alle betroffen. Natürlich würden die zwölf Jünger sagen, also ich weiß nicht, ob wir es nicht vorher besser hatten, als du noch unter uns warst. Aber der Rest der Menschheit würde sagen, natürlich ist es besser, wenn Jesus nicht nur unter seinen Zwölfen ist, sondern dass wir alle Zugang zu einer Erkenntnis und Weisheit haben durch den Geist Gottes. Und, äh, damit können wir doch viel mehr erreichen, als dieser kleine Club dort von zwölf Leuten, der sich dann den Vorteil erhuschen möchte, um Jesus zu sein oder so, ne? Und da sieht man die Gerechtigkeit Gottes natürlich, ja, dass hier alles, was passiert, gerecht bleibt. Gott ist immer gerecht. Und keinesfalls mehr ihr schauten. Ich betreffe es aber des Gerichts, da der Fürst dieser Welt gerichtet worden ist. Ja, der Fürst dieser Welt, da wird natürlich Satan mit in Verbindung gebracht, ja, der hier auch jetzt nicht die Vollmacht hat, sondern auch sehr stark eingeschränkt ist in dieser Zeit, ne? Gottes Reich, das Reich des Satans, die miteinander stehen im Konflikt. Und da kommt es natürlich darauf an, wer wem dient und wer was glaubt, wie weit man was in der Welt denn auch bewirken kann, ne? Und das Endurteil letztendlich für jeden Menschen, auch für Satan, ist ja, ne? Entweder ein Feuersee oder ewiges Leben. Noch viel ich hätte euch zu sagen. Jedoch, keinesfalls könnt ihr es jetzt ertragen. Na gut, hat hier durch seinen Sohn nicht alles den Menschen, ja, mitgegeben vor 2000 Jahren, ne? So wie jetzt hier wird er ertragen. Dann hätten es die Jünger ertragen, wenn Jesus gleich zu Beginn seiner Missionsschaft hier, wo er seine Jünger auserwählt hat. Ja, übrigens, ihr werdet viel Leid ertragen. Hätten sie das ertragen. Und so gab es halt auch Dinge, die die Jünger vor 2000 Jahren, auch als Jesus hier am Ende seiner Missionsreise war, als Mensch auf Erden, immer noch nicht ertragen konnten, dass er ihnen das hier alles mitgeteilt hätte. Ja. Die Vor- und Nachteile kenne man dann, wenn man es wüsste, was es ist genau. Na, dann könnte man heute sagen, ah, ja gut, das war wirklich vor 2000 Jahren noch nicht angebracht oder es hätte Nachteile mit sich bewirkt, ne? Dass er das nicht die Wirkung hätte im Positiven, wie man es jetzt meinen würde, ne? Und dass es halt alles erst später kommt. Und so kündigte Jesus schon diese Dinge an, ja? Dass es da noch mehr gibt, aber alles zu seiner Zeit. Wenn aber es kommen möge jener, der Geist der Wahrheit, also der Heilige Geist, wird er leiten euch hinein in die jede Wahrheit, ne? Durch einen Prozess, wo auch im Christentum, jetzt mal nur angesprochen, die Meinungen unterschiedlich sind. Ja, wie lange dauert dieser Prozess, bis man in alle Wahrheit hineingeleitet wurde? Dauert der 30 Jahre? Dauert der 230 Jahre? Dauert der 2000 Jahre? Ne, da gibt es ja je nach Rechtsschule unterschiedliche Auffassungen oder Dogmen, wie es darum steht, wann man denn gänzlich in der Wahrheit angekommen ist, sodass immer der Zeitpunkt war, man konnte sie ertragen, ja. Keinesfalls gewiss demnach wird er sprechen von sich selbst, ne, wie die Menschen oder die Engel, sondern so viel etwa er hören möge, wird er sprechen, ne? Also auch wieder alles, was Gottes Sache betrifft, ja, was Gott möchte, wird der Heilige Geist sprechen und nicht, was Menschen oder Engel wollen, wird der Heilige Geist von sich weitertragen. Es muss immer alles von Gott letztendlich kommen. Und die kommenden Dinge wird er euch kundtun, ne, auch das wieder in Bezug der Propheten, als auch über die Dinge, die wir jetzt vorfinden, Zukunft jetzt noch von dieser Zeit aus gesehen, Apostelgeschichte bis Buchoffenbarung, da werden ja auch noch einige Dinge durch den Heiligen Geist kundgetan. Ja, dass er auch immer dann halt zukünftig, wie ein Erdbeben voraussagen oder Hungersnot oder sowas, dazu ist der Heilige Geist fähig, zukünftige Sachen für die Gemeinde, die nützlich ist, mitzuteilen. 14. Jener wird mich verherrlichen, davon des Meinen wird er nehmen und wird er euch kundtun. Ja, also der Heilige Geist arbeitet mit Vater und Sohn zusammen und nicht mit den Menschen und den Engeln und mit dem Vater und mit Jesus oder einem von beiden will er nichts zu tun haben, sondern er selbst ist göttlicher Natur und dementsprechend ist auch der Gottes Willen da drin, das Göttliche zu tun und nicht das, was Menschen oder Engel wollen, ja, zu tun. Und daher hier wird der Heilige Geist nicht auftreten und sagen, so, ich habe eine andere Meinung zu Jesus und wir werden das jetzt so machen, so wird er nicht reden durch die Propheten oder halt, ja, oder Weißsang oder Erkenntnis weitergeben. Durch die Gläubigen, sondern es wird schon in dem Sinne so sein, wie Gott es auch will, ja, nicht wie die Menschen. Es ist natürlich immer schwierig für die Menschen, das zu beurteilen, weil wenn Jesus da ist, dann würde er ja die Menschen nicht anlügen, ja, oder klare Aussagen so weit treffen, dass man Jesus löchern könnte. Jetzt sag doch mal Jesus, jetzt sag doch mal Jesus und das ist halt beim Heiligen Geist nicht möglich, ja, wenn man sich anschaut, Christenheit, ja, seit 2000 Jahren, jeder meint, er hat den Heiligen Geist und jeder würde im Geist reden und am Ende kommen doch unterschiedliche Ergebnisse raus, ne, und da ist dann halt die schwieriger, das alles, ich sag mal, zu prüfen, als wenn man Jesus direkt fragen würde, du, was sagst du denn hierzu, was sagst du denn hierzu, ist das gültig, ist das nicht gültig, wie sollen wir das machen? Dass es darum den Gläubigen rum ja noch etwas schwieriger ist, da klar zu erkennen, in der heutigen Situation, zumindest in der Welt, mag sein, dass es Ausnahmen gibt, hier herauszufinden, was nun das ist, was der Geist von Gott, dem Vater, von dem Sohn Jesus Christus gehört hat und weitergeben wird, ja. Ja, außer das, was niedergeschrieben ist, im Neuen Testament, darauf kann man ja vertrauen, wobei man da auch noch über Textkritik reden müsste, aber so wäre es ein anderes Thema. Alles so viel hat der Vater, meines es ist, ne, so erklärt er sich nochmal, dass ja der Geist von Jesus nimmt, ne, aber Gott hat ja Jesus es gegeben, ja, also da bleibt das natürlich alles, oder hat der Geist gar nichts mit dem Vater zu tun und was da los, ja. Alles so viel hat der Vater, meines es ist, durch dieses ich sagte, das von des Meinen nehmen und er wird euch kundtun, ne, damit ihr auch keine Missverständnisse im Christentuf auftreten. Ein wenig und keinesfalls ihr schaut mich und wiederum ein wenig und ihr werdet mich sehen, da ich gehe zu dem Vater. Ne, zwei Aspekte, einerseits kann man ja sagen, ja, Jesus kommt ja irgendwann vom Vater wieder, spätestens nach 2000 Jahren in etwa, ja, aber er kommt natürlich nach seinen Tod und Auferstehung, als er auch beim Vater ist, nochmal wieder für eine gewisse Zeit, wie man das Apostelgeschichte lesen kann am Anfang. Es sagten nun von den seinen Jüngern zueinander, was ist dieses, welches er sagte zu uns, ein wenig und keinesfalls ihr schaut mich und wiederum ein wenig und ihr werdet mich sehen und dass ich gehe zu dem Vater. Tja, bleibt er denn nicht hier? Hat wahrscheinlich immer noch einige Jünger, das ist die Hoffnung. Sie sagten nun dieses, was ist es, welches er sagte, das ein wenig, keinesfalls, wir haben wahrgenommen, was er sagt, ne, sie haben die Rede nicht verstanden. Es erkannte nun der Jesus, dass sie ihn wollten fragen oder dass sie ihn fragen wollten, so, und sagte ihnen, betreffs dieses, sucht ihr miteinander, da ich sagte ein wenig und keinesfalls ihr schaut mich und wiederum ein wenig und ihr werdet mich sehen. Amen, 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 also so ist es, so ist es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr werdet jammern und ihr werdet beim Klagen sein, die Welt aber wird sich freuen, ihr aber werdet betrübt werden, jedoch die eure Betrübnis zur Freude wird sie werden. Also die Welt ist nicht im Gotteswillen drin, Finsternis und Licht, Thema Anfang Johannes Evangelium, ja, und daher wird es dann halt manchmal auch Probleme geben mit den Menschen, ja, und dann werden die die wahrheitssuchenden Gläubigen, die da angekommen sind, mehr oder weniger, werden womöglich leiden darunter unter den Menschen, die das nicht so schön finden mit Gott und die Bibel und Neues Testament. Ja, aber das Ziel ist, auch wenn Betrübnis da ist fürs Christentum mehr oder weniger 2000 Jahre lang, werden sie sich am Ende, spätestens nach ihrem Tod oder Verwandlung, freuen, garantiert, ja, weil das nicht zu vergleichen ist, das Leid mit das Gute, was da kommen wird, das sagt ja Jesus schon. Die Frau, wenn sie gebiert, Betrübnis sie hat, da es kam die ihre Stunde, ne, also der Geburt, wahrscheinlich, ist man irgendwie schwanger und jetzt kommen neue Familienmitglieder und das kann ja alles mal schön sein, denn für später und da kümmert sich einer um jemanden, wenn man alt geworden ist und so, muss man nicht so alleine sein und es geht auch vieles einfach, aber natürlich braucht das ein bisschen Anstrengung, ne. Die erste Überwindung oder die erste, ja, das erste Hindernis ist dann die Zeit der Schwangerschaft in Bezug der Geburtsphase, ne, so die letzten Wochen dahin, ne, sehr beschwerlich, der Alltag und dann auch die Geburt, da hat keiner Bock drauf als Frau, ja, aber man weiß, ne, es geht wohl doch nicht so lockerflockig, ja, wie auch ein Christ sagen müsste, es geht nicht halt lockerflockig ins Paradies, sondern es kann halt auch mal Probleme geben wegen dem Glauben, ja, und hier die Frau auch in dem Bezug weiß auch, dass das mal kommt, es wird nicht ewiglich anhalten, und sie sagt auch, also diese Schwangerschaft und die Geburt des Kindes im Vergleich zum Rest des Lebens und wenn sie auch zehn Kinder hat, auch das ist, glaube ich, nicht vergleichbar, zehn Geburten hinter sich zu haben, ja, mit der restlichen Lebenszeit von, was weiß ich, 70, 80 Jahren, wo man diese Betrübnisse einer Geburt, einer Endschwangerschaft nicht ausstehen musste, ne, also auch hier schon das Verhältnis, ja, am liebsten würde eine Frau sagen, keine Schwangerschaft, also keine schwere Geburt, irgendwie sowas in der Art, ja, und alles immer schön und nett, aber Gott sagt, so läuft's nicht, nicht in dieser Welt durch den Satan und alles, was hier ist, und die Menschen sollen lernen und und und, es wird geprüft und von Gott erprobt und so weiter, da gehört das halt dazu. Wenn aber sie geboren hat, das Kindlein, keinesfalls mehr gedenkt sie der Bedrängung, ne, und so wird auch jeder Christ, der am Ende verbrannt, getötet, Kopf ab, was auch immer, durch irgendwelche Menschen, wegen dem Glauben, nicht, wegen der, weil er ein Mörder ist oder so, ja, und ein Unzüchtiger und Ehebrecher, ja, wird er auch hinterher natürlich, äh, sich sagen, naja, dieser eine Moment da, der war nicht schön, gemessen daran, was jetzt ist, ist das nichts, ja, wenn es natürlich nicht so zu bewerten wäre, wäre schon hart, ne, mal stellen wir mal vor, eine Frau, ähm, ähm, die Schwangerschaft einer Frau geht fünf Jahre pro Kind, ja, und die ist schon sehr beschwerlich über ganze fünf Jahre, ja, da würde man natürlich als Mensch sagen, als Frau, im Gegensatz zum Mann, würde man sagen, also eine Frau ist echt hart in dieser Welt, 80 Jahre Lebenszeit, ja, bei, ähm, was hab ich gesagt, bei acht Kindern besteht die Hälfte der Lebenszeit nur aus Betrübnis. Da würde man sagen, was hat man davon? Also, kein Mensch würde wahrscheinlich sagen, also für, für die Hälfte meines Lebens Betrübnis und die andere Hälfte, äh, Glückseligkeit, wenn das so zu bewerten ist, ähnlich wie dieses Leben und das nächste Leben, da hab ich keinen Bock drauf, ja, also das ist nicht wert. Könnte sein, dass Menschen das sagen, das wäre auch völlig verständlich, ne, aber wenn natürlich der Zeitfaktor hier, der, 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 der Freude, ja, viel größer ist, weit, weitaus größer, man kann es ja gar nicht menschlich und, und jenseits und diesseits vergleichen, weil selbst wenn der Mensch ein, zwei Tage Betrübnis hat in dieser Welt und sonst war er immer in, in den, in den, in den Pufferzonen der, 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 der Fröhlichkeit und, 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 und Schutz und alles, ja, wo man halt nicht in die Bedrängnis jemals hineinkam, in sein ganzen Leben, ja, ist das ja nicht zu vergleichen, 80 Jahre super alles Freude mit Ewigkeitsfreude, ne, also selbst ein Tag Bedrängnis und 80 Jahre Ruhe ist immer noch nicht vergleichbar mit Bedräng, 80 Jahre Bedrängnis in diesem Leben, das gibt's ja auch, manche Menschen erleiden das, ist jetzt Übertreibung, aber das gibt's ja, ist das selbst auch nicht zu vergleichen mit Millionen mal Milliarden mal Milliarden mal Milliarden, die in die Mathe nicht aufgepasst haben, kommen jetzt natürlich nicht mehr mit, ja, an Zeiten der Freude, ja. Und so kann man natürlich auch sagen, dass es in dieser Welt Menschen gibt, die haben fünf Jahre Betrübnis und 75 Jahre Freude und manche haben vielleicht nur eine Woche oder, ja, ist jetzt übertrieben, ne, Betrübnis und 80 Jahre Freude, ja, so könnte man das denn schon vergleichen, zu sagen, beide Gruppen geht's trotzdem soweit ganz gut, ja, weil immerhin der Großteil des Lebens nicht Bedrängung war und das jetzt aber auf das Jenseits gezielt, ist das denn noch schwieriger zu unterscheiden, man könnte vielleicht einen Vergleich finden in dieser Welt, es gibt einen Menschen, der hatte zwei Jahre Betrübnis und es gibt einen Menschen, der hatte zwei Jahre und einen Tag Betrübnis, man würde sagen, das ist doch kein Unterschied, also keiner, der eine würde sich doch jetzt da nicht groß beschweren im Nachhinein, dass er einen Tag mehr Betrübnis hatte als der andere in seiner Lebenszeit, ja, und so müsste man das im Jenseits betrachten, dass auch der, der 80 Jahre Betrübnis hat und der, der nur eine Woche Betrübnis hat als Mensch, gemessen an seiner Lebenszeit auf Erden, also im Jenseits, ja, auch nicht sich beschweren wird in der zukünftigen Zeit, also, also ich hatte 80 Jahre und der hatte nur eine Woche, also irgendwie fühle ich mich verarscht oder ist ungerecht oder was auch immer, nein, der wird es genauso fühlen wie der, der auf Erden sagt, na, ob nun ein Tag mehr oder weniger, so wird der dann in der Zukunft sagen, na, ob nun 80 Jahre Bedrängung oder 200 Jahre Bedrängung und was soll ich mit Adam sagen, der hat vielleicht 900 Jahre Bedrängung gehabt, bis er starb, ja, von seinen 1000, grob jetzt gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, ja, so wird das dann genauso ins Gewicht fallen, ja, und das ist das Schöne, dass Gott denn da in dieser Macht und Gnade diese, diese Möglichkeiten einräumt, dem Menschen zumindest im Jenseits, ja, dass man halt nicht mehr gedenkt der Bedrängung auf der Erde, im Verhältnis gesetzt zum Jenseits. Ja, ne, hier die Frau, wie gesagt, und die Frau, wenn sie gebiert, Betrübnis sie hat, da es kam, die ihre Stunde, wenn aber sie geboren hat, das Kindlein keinesfalls mehr gedenkt sie der Bedrängung. Durch die Freude, das geboren wurde, ein Mensch hinein in die Welt. Ja, ne, wenn man mal Jesus betrachtet, als Mensch auf Erden, wie viel Betrübnis hat er eigentlich da erlitten? Wir reden von Betrübnis, die ungerechtfertigt ist, ja, Lebenszeit, gut, wir haben ca. 30 Jahre Lebenszeit, und wie hoch ist die starke Bedrängung gewesen, ne, wir haben die Zeit der Geißelung, und wir haben die Zeit der Kreuzigung, ja, das sind die beiden Zeitmomente, wo man sagen kann, hier gab es Bedrängung, schwere Bedrängung, die darüber hinausgeht als Beleidigung und Verpönung, das gab es natürlich auch durch Juden womöglich, ja, die nicht an die Worte glauben wollten, ja, aber das ist ja wirklich nur ein Minimum des ganzen Lebens, aber auch der ist nicht schön, ne? So, wie Jesus sagt, ich habe Angst vor die Zeit jetzt in Bezug halt, was die jetzt da mit mir alles machen werden, so wie die Frau auch sagen würde, oh, ich habe jetzt nicht so Lust auf die Geburt, die jetzt demnächst ansteht, ja. Aber so sieht man halt die Verhältnisse, ein bisschen Bedrängung ist immer da, ja, oder mal ein bisschen mehr in dieser Welt, in dieser, im Diesseits, genau so nennen wir es mal. Ja. Ihre Stunde, wenn aber sie geboren hat, das Kindlein keinesfalls mehr gedenkt sie der Bedrängung, durch die Freude, dass geboren wurde, ein Mensch hinein in die Welt. Auch ihr nun, Betrübnis für wahr, nun werdet ihr haben. Mal mehr, mal weniger. Ja, wiederum aber, ich werde sehen euch, und es werden sich freuen, dass euer Herz und die eure Freude niemand nimmt von euch. Ja, also danach ist alles, dann sieht man auch Jesus, da ist niemand nicht mehr am Verborgenen nach seinem Tod. Ja, wenn man denn es geschafft hat, so nenne ich es mal, rechtgläubig oder in Rechtszustand zu haben bei seinem Tod, dann auch diese Freude erkennst du. Manchmal ist es vielleicht doch noch vorher, nehmen wir Stephanus, ne? Kurz vor seinem Tod hat er sogar noch mal Jesus gesehen, als Vision. Ja, und da ist die Freude natürlich auch groß, zu sagen, oh, jetzt töten die mich, aber ich sehe schon, was mich gleich erwartet nach meinem Tod. Ja, weil natürlich diese Betrübnis nur kurzzeitig sein wird, die dann auch Stephanus hat, als er gesteinigt wurde. 23. Auch an jenem, dem Tag, mich keinesfalls werdet ihr fragen. Nichts! Ja, so sagt es, also da ist nicht nochmal irgendwie so in dieser Weise irgendwas, dass man hoffentlich nochmal zu sprechen kommen muss. Amen, Amen, ich sage euch, dass so viel, wenn ihr bitten möget, den Vater, in dem meinen Namen, wird er euch geben. Im Einklang natürlich, also alle fragen, Gott fragen, mit Gott reden, Gott, ich habe eine Frage, wie ist das nun mit der Bibel, oder bitte helf mir, oder gib mir eine Antwort, so wie du willst, nicht sofort, wie auch immer, Gott hat ja andere Zeiten, die er da festsetzt, Aber, wer sich an Gott wendet, ja, und ihn darum bittet, um Antworten, und Gott sagt, das ist nützlich, dann wird er Antworten dem jeden geben, wer im Namen Jesus Christus etwas den Vater bitten wird, fragen würde. Bis jetzt keinesfalls, ihr bittet nichts, in dem meinen Namen, Jesus ist ja auch noch unter ihnen, bittet und ihr werdet erhalten, auf das die eure Freude möge vollständig sein. Also, wer vollständig im Glauben sein will, verstanden haben will, wo die komplette Freude ist, der kommt nicht drum rum, auch den Vater zu bitten, ja, im Jesus Namen, ja, diese Dinge dann auch zu bekommen. Alles, was er braucht, um diesen Zustand zu erreichen, ja, kann man sich an den Vater wenden, im Namen Jesus. Dieses in Sprichwörtern habe ich gesprochen zu euch, jedoch es kommt die Stunde, da keinesfalls mir ein Sprichwörter nicht sprechen werde zu euch, sondern freimütig betreffst des Vaters ich, nee, des Vaters euch, ich verkündigen werde. Okay, das könnte man hier noch umstellen, aber es sollte klar sein. Ja, es gibt also eine Zeit, wo Jesus offener sprechen würde. An jenen dem Tag, in dem meinen Namen werdet ihr bitten, ne, also Vater bitten im Namen Jesus, und keinesfalls sage ich euch, dass ich bitten werde, den Vater betreffst euch, ja, also, Vater, ich bitte dich um das im Namen Jesus und dann soll Jesus noch mal zum Vater gehen und sagen, ja, Vater, schau doch, der Achim auf der Erde, der hat in meinem Namen dich gebeten, so bitte ich dich auch, dass du ihm die Bitte erfüllst. Könnte man sich ja vorstellen, dass es so laufen könnte, Jesus sagt aber nein, so wird es nicht sein, und zwar, sondern der Vater, er gewiss demnach, der Vater hat euch gern oder lieb, da ihr mich gern habt oder lieb habt, und ihr habt geglaubt, dass ich von des Vaters ausgehe, ne, also ist diese Zwischenstation nicht mehr nötig, ja, dass in irgendeiner Weise der Sohn eine Mittlerrolle hier einnehmen muss zwischen Vater und dem, der betet, sondern die Gebete gehen direkt durch Jesus, also im Namen Jesus zum Vater und der Vater entscheidet direkt, ohne auf noch mal ein Zusprechen des Sohnes zu hoffen, ja, und dann wird der Vater, ja, nach seinem Urteil das halt weitergeben, nach unten, ja, ob denn durch Jesus und dann durch die Engel, was auch immer, ja, oder durch den Geist, hier dann auch die Dinge, wenn Gott wohlgefällig sind, nach seinem Willen gebeten wurde, die Dinge, dann auch passieren, oder halt nicht, ne. Ich ging aus von des Vaters und bin gekommen hinein in die Welt. Wiederum, ich verlasse die Welt und gehe zu dem Vater. Ursprung und Zukunft. Sie sagten ihm, die seine Jünger, siehe, nun offen sprichst du und kein Sprichwort sagst du. Ja, das ist für den Moment, hat wohl nicht lange gedauert, bis der Tag kam oder die Stunde. Nun wissen wir, dass du alles weißt und keinesfalls Bedarf hast, dass jemand dich frage. In diesem Grund glauben wir, dass von des Gottes du ausgingst. Wer ist Jesus? Ein erschaffenes Wesen von den Engeln, von Menschen. Kommt er überhaupt von Gott? Ist Gott überhaupt mit ihm? Ja, und so sagt er es ja den Jüngern auch noch mal. Ja, ich komme vom Vater. Also, was erwartet ihr denn? Glaubt ihr, der Vater hat mich nicht alles gelehrt, oder was auch immer, wie man das nennen möchte, dass ich nicht alles weiß, was um des Vaters Willens ich zu tun habe hier auf der Erde? Ja? Dass ihr noch da irgendwas nachfragen müsst? Ja? Na, warte mal, ich frage mal erst den Vater, Jesus. Da bin ich mir nicht so sicher, ob deine Sache jetzt hier richtig ist. Darum geht es hier, dass Jesus von sich aus sagt, ich bin im Willen des Vaters und tue, was der Wille des Vaters ist. Ja, und alles, was ich euch sage, ja, das ist das, was der Vater will, dass ihr es wisst. Ja? Und dementsprechend braucht man da nicht sagen, ach, Jesus hat uns nicht alles erzählt. Sondern, wenn Jesus uns nicht alles erzählt hat, dann nur dann, weil es der Vater nicht wollte. Sozusagen der Vater würde auch nichts den Menschen sagen. Was? Mein Sohn Jesus hat euch das nicht erzählt? Das kann er wohl nicht sein. So, jetzt sage ich euch mal, wie es ist, weil da fehlt wohl noch was. Nein, der Vater wird immer sagen, also, wenn euch das mein Sohn Jesus nicht gesagt hat, dann sage ich es euch auch nicht. Dann ist die Zeit nicht reif, ja? Sondern wenn ich es meinem Sohn sage und er sagt es euch, ja? Dann, dann ist die Zeit da. Dann ist es mein Wille, dass ihr dann auch das wisst. Ja? Aber vorher gibt es keinen Grund, euch etwas mitzuteilen, was vielleicht sogar mein Sohn schon vorher weiß. Kann auch sein, ja? Weil es einfach im Gotteswillen liegt. Ja. Und sie glauben, dass er jetzt vom Vater ausgeht. Ja? Und nicht der irgendwie sonst woher kam und selbst erstmal in Verbindung zum Vater stehen muss und der vielleicht ihm sogar noch etwas nicht sagt, was aber die Jünger sagen würde, der Vater. Es antwortete ihnen der Jesus, jetzt glaubt ihr, siehe, es kommt die Stunde und nun ist sie gekommen, dass ihr versprengt werdet, ein jeglicher in das eigene, also in seine Sachen sozusagen, und mich allein mögt ihr lassen und keinesfalls ich bin allein, da der Vater mit mir ist. Also jetzt, obwohl er offen geredet hat und sie ist jetzt auch verstanden, ah, er kommt vom Vater, müsste jetzt eigentlich noch mehr Vertrauen in die ganze Sache kommen und Jesus sagt schon, nein, das wird nicht ausreichen. Nur weil ich euch das jetzt mitgeteilt habe und offen mit euch gesprochen habe, wird es denn noch passieren, dass wenn die Not und die Betrübnis kommt, dass ihr mich allein lasst, dass ihr alle abhaut. Ja? Aber er hat Verständnis dafür, aber er sagt, aber allein lasst ihr mich nicht, weil ich ja noch den Vater habe. Ja? Weil der Vater ist ja mit mir. Ja? Schau auf einen Mensch, ne? Wo der niemanden hat, der bei ihm ist in diesen Momenten. Ja? Ja, in diesem Glauben, ja, der fühlt sich natürlich sehr allein und der hat vielleicht noch mehr Depressionen und Angstzustände, als jemand, der sagt, Da ist aber noch jemand bei mir, auch wenn alle gegangen sind. Diese Dinge habe ich gesprochen zu euch, auf das in mir Frieden ihr habt. In der Welt Bedrängnis habt ihr, jedoch fasst Mut, ich habe besiegt die Welt. Ja, ne? Also wie dieses Gleichnis in Bezug auf, wer in Jesu Worte bleibt, hat unendlichen Frieden ab einer gewissen Zeit. Und er wird auch nicht sterben, sondern wird immer leben. Dazu gibt es noch viel zu sagen, das machen wir heute nicht, ja? Aber der, der nicht Jesus hat, und der in die Betrübnis kommt, der hat halt da keinen Halt, ja? Der kann viel schneller in Depressionen, Selbstmord, was auch immer kommen, ja, weil er den Frieden nicht hat. Er hat den Frieden mit sich selbst nicht, weil er nicht weiß, was ihn erwartet und warum er hier ist auf dieser Welt, ja? Ja, ne? Also, ihr sagt nochmal, Achtung, ihr habt Bedrängnis, ne? So wie die Frau da, wenn sie ein Kind bekommt, das ist normal, das muss sein, bei mehr, bei weniger. Ja, bei Menschen ist es unterschiedlich. Aber, denkt dran, die Zukunft ist wichtig, das Jenseits. Da habt ihr Frieden und Freude. In dieser Welt hier, da habt ihr nichts mehr zu holen, da könnt ihr keinen super Frieden haben, wie ihr wollt, sondern es gibt es nur in der zukünftigen Welt, solange der Herrscher, der Satan, auch etwas mitzusprechen hat. In dieser Welt. Aber es hat er nicht in der zukünftigen Welt, deswegen ist da vieles anders als hier. Kapitel 17 geht es weiter, Vers 1. Diese Dinge sprach er der Jesus und hob auf die seine Augen zu dem Himmel und sagte, Vater, es ist gekommen die Stunde, verherrliche du deinen, äh, verherrliche du den deinen Sohn, auf das auch der dein Sohn dich verherrliche. Ja, natürlich wird das auch alles passieren, ja, weil diese beiden natürlich im Bündnis zueinander stehen und in Einheit. gemäß wie du gabst oder gibst ihm Vollmacht, also dem Sohn, über alles Fleisch, auf das alles, was du ihm gegeben hast, möge er ihnen geben, ewiges Leben. Diesen Anteil werden sie bekommen in dieser Welt, sterben sie im Glauben, wenn sie auch ewiges Leben haben, wie auch der Sohn ewiges Leben hat. Dieses aber ist das ewige Leben, auf das sie dich erkennen mögen, den allein wahrhaftigen Gott und welchen du geschickt hast, Jesus Christus. Ja, das ist natürlich wichtig, den wahren Gott zu erkennen, hier geht es ums Erkennen und zwar Erkennen, wie er ist und da gibt es halt unterschiedliche Ansichten im Christentum bis heute, ja, oder im Judentum, wie man über Gott denkt, ne, also wo ist der wahrhaftige Gott, ja, der wird uns in der Bibel gegeben, dazu braucht es erstmal eine gute Übersetzung und wer griechischen, hebräischen, aramäisch kann, der braucht einen guten Grundtext, zumindest im Neuen Testament, im Allentestament ist das nicht so schwierig durch den masoretischen Text, meiner Meinung nach, ja, und dann kann er den wahrhaftigen Gott auch erkennen und wenn er das nicht hat, ist immer noch der Heilige Geist da, der auch, wenn du offen bist, auch dir es mitteilen kann, auch wenn du vielleicht Probleme mit den Schriften hast, aber da musst du offen dafür sein und nicht dogmatisch und nicht verklemmen, was auch immer, ja, auch diese Möglichkeit gibt Gott natürlich neben dem Buch der Schrift, was geschrieben ist, ja, und das ist wichtig, ne, Christus zu erkennen, ja, dass er von Gott kommt, ja, und nicht irgendwie so ein Mensch ist, der mal geboren wurde und da gibt es leider heute auch im Christentum unterschiedliche Ansichten zu Jesus, dem Christus, als auch zu dem wahrhaftigen Gott, gibt es unterschiedliche Meinungen, wir können ja nicht alle recht haben, wer recht hat, werden wir am Ende sehen und Jesus sagt dir, ja, hoffen wir doch, ne, dass, dass sie das erkennen, ja, ja, das ist das Ziel, zu erkennen, wer ist der wahrhaftige Gott und wer ist Jesus Christus, ja, und wer das erkannt hat, ja, der steht besser da, als der, der vielleicht nur einen Teil davon erkannt hat, ich verherrliche dich auf der Erde, sagt Jesus, das Werk vervollkommenen, welches du mir gegeben hast, ne, Einheit mit dem Vater, dass ich es tun möge, hat er alles getan, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, der Herrlichkeit, welche ich hatte, bevor dessen die Welt war, bei dir, ne, das auch hier wieder, das so kommt, wie es mal war, für uns ja nicht, ne, wir kommen nur in diese Position, in unsere Auferstehung oder Verwandlung, ja, in der Zukunft, nach dem Tod, oder für die, die schon gestorben sind, die haben einen kürzeren Weg dorthin, ja, aber, ähm, wir selbst jetzt hier, sollen das erkennen, ja, dass hier Jesus das Werk des Vaters getan hat, und dass Jesus hier auch ankündigt, indirekt ankündigt, er muss jetzt nicht, glaube ich, darum bitten, es geht darum, das Verherrliche, Jesus hat seinen Auftrag erfüllt, deswegen kommt die Verherrlichung von Gott auch gegenüber dem Sohn, und zwar, dass er wieder so ist, wie er vorher war, ja, Herrlichkeit wieder ist, mindestens das, und darüber sogar noch hinaus mehr, ja, so, dass der Zustand mindestens genauso ist, wie der Zustand, bevor Jesus auf die Erde kam, ne, die Präexistenz, wird hier dargelegt, Ich offenbarte deinen den Namen, den Menschen, welche du mir gegeben hast, von der Welt, dir gehören sie, und mir hast du sie gegeben, und die deine Worte haben sie gehalten, ja, wenn sie es denn getan haben, ja, offenbarte deinen den Namen, wie es hier heißt, ja, den Namen, also, wer hinter dem Namen steht, wie er ist, das kann man klar aus dem Neuen Testament herauslesen, ob es darum jetzt geht, genau den Namen zu erkennen, wie der heißt, der Name vom Vater wieder ausgesprochen wird, das ist durch das Neue Testament nicht möglich, weil das steht ja da nicht drin, ja, warum auch immer, dazu gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten, darum soll es mir aber heute auch nicht gehen, Nun haben sie erkannt, dass alles, so viel du mir gegeben hast, von dir es ist, ja, also nicht irgendwie Worte des Satans, hat Jesus gesprochen, oder Worte der Menschen, ja, sondern dass hier natürlich alles von Gott kommt, da die Reden, welche du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, Gottes Worte an Jesus, Jesus an die Menschen, da ist nichts, wo man sagen kann, also Jesus, du hast uns da aber noch was verheimlicht, der Vater hat doch eindeutig gesagt, du sollst noch mal das und das sagen, du hast es nicht getan, so etwas gibt es nicht, so etwas gibt es nur unter Menschen untereinander, aber nicht unter Gottes Familie, Vater, Sohn und auch den Heiligen Geist, der dort mit drin ist und wirkt, da wird alles in Einheit getan, ohne Sünde, ohne Unvollkommenheit, sondern wie göttlicher Natur es tut, und da ist halt alles perfekt, und nicht so wie die Menschen und die Engel es machen würden untereinander, da kann man sich nicht gegenseitig vertrauen, und ja, der hat uns schon alles erzählt und so, da muss man immer alles prüfen, ob auch alles erzählt wurde, ne, ja, da die reden, und nahmen sie, und sie erkennen wahrhaftig, dass von dir ich ausging, und sie glauben, dass du mich ausschicktest, ja, Seite 301, geht noch weiter, ich betreffs ihrer, bitte keinesfalls betreffs der Welt, ich bitte, ja, also er bittet für die Jünger, nicht die Welt, jedoch betreffs derer, die du mir gegeben hast, da dein sie sind, ja, also er bittet sozusagen, dass die Christen in die Wahrheit geleitet werden, weil du musst erst mal Christ sein, um die komplette Wahrheit zu bekommen, ja, die Welt hat kein Anrecht auf die Wahrheit, wenn sie ein Desinteresse hat gegenüber Gott und Jesus, ein Desinteresse hat zum alten und Neuen Testament, ja, da wird da nicht einfach so, das ist alles so mitgeteilt, sondern du brauchst natürlich, der Mensch auch, einen Willen dazu überhaupt, das zu wollen, ja, sich damit zu beschäftigen, mit Gott und Jesus, ja, da sie dein sind, und die mein, alle dein sind, und die deinen mein, und ich bin verherrlicht worden in ihnen, oder unter ihnen, ja, also auch hier ist der Bezug des Erbes, der Familie, die Familie gehört zusammen, so könnte man das sagen, unter der Familie ist alles, gleich in der Weise, das hier auch vorgegangen wird, anders als mit den Nicht-Familienmitgliedern, so müsste man das sagen, und nicht mehr ich bin in der Welt, und diese in der Welt sie sind, und ich zu dir komme, heiliger Vater, bewahre du sie in dem deinen Namen, welche du mir gegeben hast, dass sie sein mögen, eins gemäß wie wir, ja, Jesus geht ja jetzt zum heiligen Vater, so wie er ihn anspricht, und Jesus möchte, dass auch seine Jünger, und die Kinder Gottes sozusagen, auch dorthin kommen, in diesem gleichen Zustand, ja, dass auch dort sie bewahrt werden, ja, diesen Zustand zu erreichen, ja, ob nur mit Tod, oder ohne Tod, dass eines Tages alle eins sind, ja, Vater, Sohn, und alle anderen Geschwister des Sohnes, unter einer Familie, einem Haupt, oder einem Oberhaupt, nennen wir es mal so, als ich war zusammen mit ihnen, in der Welt, ich bewahrte sie, in dem deinen Namen, ja, also, dass sie bis zum Glauben, da mussten sie natürlich auch mitmachen, ja, also, wer den Glauben verlässt, der wird nicht automatisch von Gott, denn halt bewahrt, ja, aber wer dran bleibt, der wird auch da immer die Hilfe von Gott auch haben, ähm, ja, ich bewahrte sie, in dem deinen Namen, welche du mir gegeben hast, bewahre ich, und niemand von ihnen kam um, wenn nicht der Sohn des Umkommens, oder des Untergangs, auf das die Schrift erfüllt werde, ne, weil der ja an sich nicht fest glaubte, bis zuletzt an Jesus, ja, wer den Glauben an Jesus verlässt, kann nicht bewahrt werden von Gott, oder wird nicht bewahrt von Gott, ja, nun aber zu dir komme ich, und diese Dinge spreche ich in der Welt, auf das sie haben mögen, die Freude, die meine vollständig werde in ihnen, ja, das ist das Ziel, ich habe gegeben ihnen das dein Wort, und die Welt hasst sie, und keinesfalls sind sie von der Welt, gemäß wie ich nicht bin von der Welt, ne, also nicht diesseits orientiert, sondern jenseits orientiert, soll der Gläubige heute sein, zukünftig und in der Vergangenheit hoffentlich, keinesfalls bitte ich, dass du sie nehmen mögest aus der Welt, sondern dass du sie bewahren mögest von des Bösen, ja, wenn der Mensch mitmacht, dann kann das passieren, aber, naja, es gibt halt Unterschiede, aber das sind wieder Gründe, die wir mit Sünde zu tun haben, und so weiter, ja, unter anderem könnte man sagen, ja, also Gott soll nicht dafür sorgen, der Vater, dass die Christen alle in den Himmel kommen, durch Tod, und jetzt los, jetzt seid ihr alle bei mir, sondern natürlich sollen die Menschen auf der Erde in Auftrag erfüllen, ihre Erprobung bestehen, ja, dass auch sie natürlich, es sich mehr oder weniger verdienen, durch die Jenseitszeit, ja, in die Jenseitszeit zu kommen, es ist hier nicht so ein, oh, ich werde Christ und bring mich um, weil dann, oder ich werde dafür sorgen, dass man mich umbringt, ja, weil ich dann bei Gott sein kann, schneller, nein, dafür ist die Zeit nicht da, ja, auf der Erde, der Mensch soll sie sinnvoll verbringen, Gottes Aufträge auf der Erde, ja, erledigen und machen, und Gott ist einen, ist da, bei einen dabei, ja, und wird gerecht handeln, und wie gesagt, da kommt auch mal Betrübnis auf einen zu, ja, das kann nun mal passieren, ja, von der Welt keinesfalls sie sind, gemäß wie ich von der Welt nicht bin, heilige du sie in der deiner Wahrheit, das Wort, das Deine ist Wahrheit, gemäß wie mich du geschickt hast, hinein in die Welt, auch ich schicke sie hinein in die Welt, und für sie, ich heilige mich selbst, auf das auch sie sein mögen, geheiligt mit Wahrheit, ne, Jesus tut alles daran, was nötig ist, bis zur Aufopferung, ja, damit seine Brüder, ja, seine Freunde, seine Knechte, wie auch immer, dort dann auch in dem Zustand sind, den Jesus hier auch anstrebt für sie. Keinesfalls betrefft dieser aber bitte ich allein, die zwölf oder elf, sondern auch betreffst der, die da glauben werden, durch das ihr Wort an mich. Ja, also die weiteren Gläubigen, die noch dazukommen werden. Auf das alle eins sein mögen, gemäß wie du, Vater, in mir, auch ich in dir, auf das auch sie in uns eins sein mögen, auf das die Welt glauben möge, dass du mich geschickt hast. Ja, alles eins muss da sein, wie eine Familie, das ist das Ziel, so wie Vater, Sohn, auch eine Familie sind, mit allem anderen göttlichen Wesen, Substanzen, was auch immer, die noch dazugehören, die göttlicher Natur sind. Und wir werden ja eines Tages auch göttlicher Natur. Und ich, die Wahrheit, welche du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf das sie sein mögen, eins, gemäß wir eins sind. Ja, das sollte es, glaube ich, für heute gewesen sein. Mit Vers 23 werden wir dann nächste Woche fortfahren und uns die nächsten 15 Seiten hierzu anschauen, so Gott will. Ja, hoffentlich konnt ihr was lernen, wenn es noch Fragen gibt zu dem gelesenen Text, dann, ja, oder Kommentare, dann nutzt den Kommentarbereich dafür und ich lese mir das durch und werde gegebenenfalls dann darauf, dann die Woche auch wieder eingehen. Ja, bis dahin, Gottes Segen und Schalom. Amen.